So, hallo liebe Leute! Hallo! Wir sind wieder Day und... Illig! Und wir sind in Kapitel 12 und manchmal zum vierten Mal. Oh ja! Und hoffen, dass es jetzt funktioniert nach einem kleinen Internetfix. So, los geht's! Auf, auf! An den Gipfeln des Irrsinns. Da sind wir ja auch schon inzwischen. Ja, der Irrsinn ist echt unglaublich. Es ist echt Buggy Car. Atemberaubend. Ja, mittlerweile kennen wir den Kampf in- und auswendig. Aha. Egal. Der Riss in meinem Buch hat nicht mal mehr räumliche Tiefe. Meiner auch nicht. Okay, war das vorher so? Ich weiß nicht. Ich hab auch nie drauf geachtet. Ich hab vor langem nach Kaffee, wenn ich die Tasse rechts ziehe. Die Textur ist echt gut von dem Kaffee, ja. Aha. Die Blubberblasen. Das ist bestimmt die In-Game-Grafik, nur ganz nah herangesoomt. Mhm. Sterben ist Teil des Spiels. Yeah! Ja, das haben wir schon oft festgestellt. Okay. So. Da ist er wieder. Futurus-Flat. Ach krass, ist jetzt ein Schild auf mich? Nee, oder? Was hab ich da für einen Stab? Das ist dieser Elemente-Stab da mit der Damage-Pro. Ja, wo hab ich den her? Den hast du einfach. Okay. Den hast du aus dem letzten Level mitgenommen. Ich hab meinen verloren, weil ich ja gestorben bin. Ah, ich erinnere mich. Blender! Ich muss immer an Copics denken. Copic-Blender! Yeah! Aber Blender müsste ja eigentlich sowieso der durchsichtige Flat sein. Weil... Das stimmt eigentlich. Copic-Blender ist ja auch durchsichtig. Ich mach mal rein. Blendende Idee. So! Ähm... Boah! So ein Sack! Ups! Ähm... Jetzt! Und noch einmal! Pau! Aua! Das ist echt viel zu... Wie schon kriegst irgendwas. Viel zu... Das ist deine Magie. Stimmt. Kann ich ja eigentlich wieder loswerden, ohne dass ich irgendwas zauber? Äh... Ja, warte. Ja, bitte. Mach das doch mal. Ach, T-Spell! Oh, geil! Das ist ja cool. Mal schauen, ob ich das hinkrieg ohne Mag-Key. Ey, Quatsch! Nee, ohne Mag-Key bestimmt gar nicht. Ohne normale Zauber, meine ich. Ja. Okay. Okay. Ich nehme mein Handy hier weg. Das kann ja jetzt was werden. Das kann ja jetzt was werden. Okay. Wo bin ich denn? Ach, da. Du bist halt so langsam. Ein Grimmr. Ein Grimmr. Ein Grimmr. Wie hieß denn eigentlich richtig? Grimmnir. So. Bam! Äh, warte mal, warte mal. Ich hab den jetzt. Q, F, A... Nee. Q, F, A... E... Hier, Zeichen. S... Nein. Neu! Ah! Ah! Die sind aber weg. Okay. Was? Das ist Zeichen. Das ist Zeichen. Ja, ich muss erst den Zauberkasten. Warte mal. Äh. S, U, F, A, E, S. Ja! Ich hab's mir gemerkt. Awesome. Das Zeichen. Der übel spannende Kanzler steht einfach nur dumm rum und gucken erstmal was er so macht. Ich muss Kasten. Ich muss Kasten. Ich muss Kasten. Ja. Ah, ist das geil. Und jetzt kommt die lange Rede. Es war nicht zu effektiv. Einfach Donnerkeil draufzauern, passt schon. Es wäre eigentlich voll cool gewesen, wenn es regnet, dass das Donnerkeil alle Gegner trifft oder so, weil alle nass sind oder so, außer uns. Nein. Lieber nicht. Abgesehen von uns. Scheiße, ich bin nass. Nein, warum bin ich nass? Du kannst ein Donnerkeil nicht machen. Ja, du triebst. Du triebst. Ja, dann mach dich mal trocken gleich. Aber wie? Ja, mit Feuer. Aber dann hab ich ja kein... Ah. Man cast the Conflagration auf dich oder so. Soll ich? Ja, schießt du mir Feuer drauf. Nein. Du hast vorhin schon den Strahl benutzt. Bestimmt. Ich hab keinen Strahl. Vorhin bei Vlad? Nee. Ich hatte... Ich hab... Dingens benutzt. Das ist egal. Der Knick in Gelb. Ich zaube einfach Feuer auf mich drauf. Setzen wir dem ganzen ein Ende. Ach ja. Stimmt, da war ja was. Ach. Ich hab mich vercast. Bam! Batsch! 15.000? Was? Das war gleichzeitig. Das war ganz schön krass. Hoffentlich funktioniert. Das muss nicht abstimmen. Es ist schon weitergekommen als vorher. Oh je! Oh na Wahnsinn. Das hat endlich funktioniert. Das fixat funktioniert. Dann posten wir das dann. Im Forum. Ja, wie fixat man das? Das ist ja belastend gewesen. Oh ja. Oh Wahnsinn. Wie krank. We did it! Wir sind durch! Weltgerettet Party! Yeah! Wieder zurück zum Anfang! Yeah! Jetzt können wir uns angucken, was da so im Hintergrund rumfliegt. Ein Divan! Ein Stuhl! Das sieht aus wie der Tunnel von Alice, nur ohne Alice und ohne Tunnel. Also ja, ganz toll! Wo ist der Elch? Hier muss doch mal der Elch kommen. Vielleicht fährt er auch im Hintergrund rum. Da ist er! Da ist er, ich bin hergezaubert. Auf jeden Fall. Crikey, what a beautiful Moose. Ja, da hängt die Gerne raus. Das ist so cool. Das ist so wahre Schönheit. Mal gucken hier, was da denn schön ist. Bang, bang, bang. Was hat der Fliss gemacht? Verkörperung? Was macht denn das? Es macht alles. Ah, ich hab dich weg im Vortex. Aber, aber, da steht eine 10.000. Eine 20.000. Sogar bei dir. Wenn mir steht noch eine 10.000. Hey, belebt mich mal wieder. Das ist ganz schön unfair. Nein. Hey, klar. Fühle ich wasser. Ich will noch das hier casten. Meteorschauer. Stimmt. Aber wenn du jetzt stirbst. Oh, es geht nicht. Schade. Oh, ach, ich muss... Ne, das Problem ist, ich muss auch in meinen Vortex. Ich glaube, das war, was wir das letzte Mal gemacht haben, dass wir dann... Was, wir sind beide gestorben? Ja. Echt? Wir sind beide in so einem Vortex und dann war es zu Ende. Bam. Oder auch nicht. Jetzt haben wir uns effektiv beide getötet. Ich dachte, wir haben einfach gewartet, bis der Abspann zu Ende ist, oder? Haben wir das? Bestimmt. Kann sein. Naja, jetzt warten wir halt so, dass der Abspann zu Ende ist. Jetzt ist der Bildschirm wenigstens schön sauber. Mit der verpackten 20.000 und dem Vortex. Und dem Elch. Ja. Ah, schön sauber. Ja. Mit ein bisschen Blut, aber... Das gehört dem Elch. Darum liegt auch ganz woanders. Das kommt von den Büschen. Das sind die blutenden Sträucher. Ich hab doch gesagt, die bluten... Nein, das sind kaputte Bären. Kann ich mich wiederbeleben? And most of all our loving parents. Girlfriends, Boyfriends and friends would put up with this. Haha, cool. Bei mir ist der Abspann schon weiter als bei dir. What? Merkwürdig. Da kommt gleich Johan Anderson. Du kannst die Zukunft vorher sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, der kommt ganz oft. Susanna Ametzer. Nein. Nein. Rina. Da. Da. Ich bin so weit voraus. Lena Blumberg. Ach, der Tom Söderlund und der Bill Mermann kommen gleich. Lagen die nicht alle in den Gräbern? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall klingt sein Nachname wie die Sprache, die die sprechen. Ja, so ein bisschen. Ja, das sind schwedische Namen. Ah, unser Blut ist weggesickert. Oh nein. Die beiden müssen regeneriert. Yeah. Jetzt müsste der Elch auf sich regenerieren, aufstehen und weggehen. Nein, der verwandelt sich dann in die Frau von dem anderen. Oh, die heißt fast Kirby. Super. Mhm. Schöner Frieden, oder? Ja. Ob wir abstürzen oder ob der Hintergrund hoch fällt? Nein, wir stürzen ab. Ach, ist ja voll dumm. Ja. Aber es wird langsamer, oder? Nee. Die größere Dinge fallen langsamer an uns vorbei. Das ist total logisch. Moose himself? Was? Ähm. Der Elch hat sich selbst designt. Das ist sehr gruselig. Okay. Auch der zerfleischte. Eww. Dann hast du der Design. Elts. Ach so. Schön. Thanks to all our partners. Und why? Long term partners. Es stand keiner in der Marschbahn, der die Backfixes gemacht hat. Verrückt. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Tja. Das will ich mir auch. Oh man. Ah. Es ist vorbei. Und ich dachte schon, wir können das heute nicht mehr machen. Ja, ich hatte auch schon Angst. Du musst das dann gleich vollständig weiterposten. Oder du postest das, damit es als neuer Post dort steht und nicht alles gelesen. Gern. Damit es überhaupt jemand sieht. Ende. Yeah. Und wir haben das entschuldigt. Yeah. Krank. In vier Stunden. Nicht mal. Ja, das war weniger. Wir haben bestimmt nicht mal dreieinhalb gebraucht. Ja, das war's dann wohl. Ja, dann würde ich mal sagen. Sehen wir uns in manchiger Vietnam. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.